Der schönste Job der Welt. Du bist ein leuchtendes Vorbild. Eine Inspiration für uns alle. Du übernimmst die Verantwortung für Erfolg wie für Misserfolg. Im Sieg bleibst du bescheiden und demütig. In der Niederlage läufst du zur Höchstform auf. In der Krise strahlst du Ruhe, Größe und Selbstvertrauen aus. Mensch, Trainer, du bist Künstler. Du hast eine Vision und ein unerschütterliches Vertrauen in deinen Weg. Deine Begeisterung, deine Leidenschaft, dein Spirit sind ansteckend. Du weißt, wie du ein starkes Team bauen kannst, weil du die Menschen liebst. Mensch, Trainer, du bist ein Held. Du gibst nie auf. Du dienst. Du nimmst sie ernst. Du kümmerst dich um sie. Du bist für sie da. Du weißt, was sie brauchen. Du nimmst Ängste und gibst Vertrauen, Sicherheit und Führung. Hart, aber fair. Mensch, Trainer, du bist schlau. Dein Job ist der Sieg. Aber du weißt, dass du andere Menschen brauchst für den Erfolg. Alle. Du verbindest. Du siehst in jeden dir anvertrauten Menschen den ungeschliffenen Diamanten. Du begeisterst. Du schaffst die Atmosphäre, in der jeder aufblüht. Für dich rennt. An das Unmögliche glaubt. Mensch, Trainer, du bist das Herzstück. The core of sports. Du machst die Menschen stärker und den Sport besser. Alle schauen auf dich. Wir alle sind abhängig voneinander. Trainer, Sportler, Vereine, Verbände, Medien, Schiedsrichter, Fans, Sponsoren. Wir alle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017